Herzlich Willkommen bei der AVDM Academy. Wir sind natürlich spezialisiert auf die Quantenresonanz- und Magnetanalyzer und sind auch eines der wenigen Unternehmen, die wirklich die komplette Palette aller Quantenresonanz- und Magnetanalyzer direkt in unserem Shop vorstellt und präsentiert und man diese natürlich auch hier bei uns testen kann. Wir haben aber natürlich auch viele andere therapeutische Geräte, sei es nun Laser Devices, für Personen, welche mit dem Bluthochdruck, mit Diabetes oder Cholesterin zu kämpfen haben, aber auch speziellere Dinge wie Magnetzohlen oder spezielle Kompressionshandschuhe, wenn es um das Karpaltunnelsyndrom und andere Defizite, Rheumatoidebeschwerden geht. Daneben haben wir natürlich auch eine sehr große Linie an Normsergänzungsmitteln, die wir selber nach unseren Vorgaben entwickeln und produzieren. Unser Produktionsstandard dafür ist in Österreich. Wir entwickeln und produzieren dort noch höchstem medizinischen Standard und einige Produkte haben wir mittlerweile auch aus England bei uns. Auch im Bereich von Kollagen und anderen speziellen Dingen sind wir spezialisiert, haben verschiedene Kollagensachen, aber natürlich auch Vitamin D-Tests, Covid-Tests und Kondensumsbereich basisches Wasser geht, sind wir mit Sarnaschleif, mit Ekaia, Isorium und Anakos natürlich einer der führenden Anbieter dieser Produkte. Dr. Hulda Clark, eine der Pionierinnen im Bereich Zepping, wahrscheinlich sogar die Pionierinnen im Bereich Zepping. Auch ihre Produkte haben wir komplett da, sei es nun Parasitenkuren, Leberkuren, Nierenkuren, Darmkuren und natürlich auch die bekannten Zeppel, welche sicherlich jeder kennt, der sich schon mal damit beschäftigt hat, sollte Probleme im Magen, Darm haben oder auch als Unterstützung bei Krebs oder Krebstherapien und Chemotherapie. Im Bereich Naturheilkräuter haben wir die kompletten Linien von Kräuterlötsch mit zahlreichen Extrakten, mit den Zistrosenprodukten, mit verschiedenen Tees, mit Tropfen und natürlich haben wir auch einen eigenen Hanfbereich, bei dem wir Hanftropfen Bio, Hanfblütenextrakte, Hanftees und vieles mehr herstellen und verkaufen. Elektrosmog, ein riesengroßes Thema, das uns alle begleitet. Auch hier haben wir mit unserer eigenen Entwicklung, dem VDM Frequency Wave Absorger, ein absolutes Topprodukt, welches sie schützt vor 4G, vor 5G, vor Deckt, vor WLAN und UVA, UVB Strahlungen. Wir haben aber auch die Wavebox Plus, um ganze Räume zu schützen und so gehen wir dann auch weiter zum Beispiel zu Germanium als Beispiel. Wir verkaufen auch Germanium in Form von Schmuck, wir haben aber auch die ganzen Unterlagen, wenn jemand sich mehr informieren möchte zum Thema organisches Germanium. Und natürlich haben wir in unserem Sortiment auch zahlreiche Heilsteine von Schungit über Cesit bis zu Jaspis, alles was man auch in diesen Bereichen suchen und finden kann. Und eine sehr große Sparte bei uns sind ätherische Öle. Wir führen die ätherischen Öle sowohl von Deutera als auch von Pipping Rock, von Sweet Valley, von Farfalla, von Primavera, so dass wir wirklich ein umfassendes Angebot haben. Und natürlich auch in unserer Bibliothek, in der wir sehr viele Spezialliteratur haben und auch unsere verschiedenen Honigprodukte, allen vor allem natürlich Manuka Honig, welche das Sortiment abrundet. Wir sind aber nicht nur ein Laden, wir sind auch selber ein Therapiezentrum, also wir machen bei uns selber auch Therapien für unsere Kunden, allen vor allem natürlich ich. Und auch Lungentests, ein riesiges Thema im Moment, wenn es um Infektionen, um Bakterien geht, aber auch um Covid und Masken tragen. Das sind Dinge, die wir hier direkt vor Ort machen können. Und zum Abschluss sehen Sie hier auch noch, wie wir schulen. Wir bilden ja selber therapeutisch tätige Personen aus, sowohl in der Quantenresonanz-Magnetanalyse, aber auch in orthomolekularen Medizin, wenn es um Vitamin D geht. Wir haben Spezialkurse für Omega-3, für ätherische Öle und vieles mehr. Das war der Rundgang durch die VDM Academy. Ich hoffe, es hat Ihnen Spass gemacht und Sie haben nun einen Einblick über unsere Wilken.